Dirty Harry Und schon geht die Post hier ab. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Auf geht's. Was, du lebst noch? Vergiss es. Hammer, Hammer, Hammer. Also, das, was ich jetzt hier so sehe, ist schon mal absolut genial und gefällt mir. Na komm. Oh, hi. Da sind natürlich wieder jede Menge, ne? So, mal schauen, ja. Ah, weg mit dir. Nachladen. Kann natürlich jetzt nicht sagen. Ja, komm. Ah. Okay. Boah, Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist der Hammer. Ah. 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 Das ist nice. Oh, shit. Ah. Ah. Ja, ja, ja. Und los, gib ihm ein. Nein. Ah. Raus mit dir, du Sack. Äh. Ey, was ist das auf einer? Shit, geht nicht. Raus. Okay. Oh, hau, 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 hau. Aber hat ein. Oh, oh, shit. Los, 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 los. Los, 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 los. Rauf mit dir, rauf mit dir, rauf mit dir. Rauf. Rauf. Oh, nein. Oh. Gescheitert. Na, da sind wir ja schon früh gestorben. Leider, leider. Aber wir werden sehen. Irgendwie muss ich ja da wohl hochkrabbeln. Die ganze Schose. Oh, die Szene nochmal. Ja, komm. Du bist sowieso vor die Nuss, Junge. Weg. Bäh. Ein Tritt in den Allerwertesten und weg ist er. Das heißt, den kann ich sowieso nicht bekämpfen da. Ich muss hier raus. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir irgendwie da hochkommen. Boah, geile Explosion. Das ist schon krass. Nein. Ja, los, rauf, 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 rauf. Rauf. Ich bin um, ich bin um, Leute. Ich bin um. Hä? Keine Chance, ich bin Spaß. Hau ab. Alter, falter. Oh, Hammer. Na, Junge, dich hat's zerlegt hier. Da haben wir ein riesen Loch im Waggon. Vielleicht können wir da wieder rein. Oh, wir fliegen hier die ganzen Scheißteile umgegeben. Ah ja, die nehmen wir doch. Komm. Neue Waffen sind immer gut. Los, jump rein. Hey, die Grafik ist so der Hammer. Boah. Deckung suchen. Ah, komm. Nachladen. Leute, Leute, das ist echt ultra krass hier. Das sieht so hammergeil aus. Oh, ja, ja, ja. Das sieht so krass aus hier. Tja. So funzt es nicht. Noch einen erledigt. Und wir arbeiten uns weiter durch den Zug. Ah. Keiner zu sehen. Oh, scheiße. Können wir ja irgendwas machen? Halt dir den Zug an. Haha. Okay. Mach auf die Tür. Oh, fuck. Oh, shit. Das war nicht so doll. Hm. Was passiert als nächstes? Okay. Mission Operations Walk Breaker. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So lange drauf gewartet, dass Battlefield bei mir aufschlägt, nachdem es drei Tage lang angeblich geliefert werden sollte, habe ich mich dann doch entschlossen, es direkt bei EA nochmal down zu lohnen, weil es einfach nicht ankam. Okay, schauen wir uns an, was die Story zu bieten hat. Okay. 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 Danke, du Arschloch. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York. Echt? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir... Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Wieso stecke ich in der Scheiße? Okay, offensichtlich spielen wir Sergeant Blackburn. Also, steigen wir in die Story ein. Ja, Leute, nur zur Info. Ich spiele das Ding, wie gesagt, absolut blind. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Ich habe mal eben ein paar Sekunden angespielt, um die Einstellung zu testen. Aber das, was ich hier an Grafik schon sehe, ist schon mal sowas von Hammer, Hammer geil. Weil, boah, ich habe richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Okay, dann lasst uns eingreifen hier. Lasst mich raus. Mach auf den Bock. Ah, Tageslicht. Eine farbende Salinenbüchse. Leute, ist das geil. Ist das geil. Guckt euch das an. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und diese Szene kenne ich noch aus dem Trailer. Viele von euch werden den auch gesehen haben. Boah, ich bin richtig baff, Leute. Richtig baff. Das schockt wirklich hier. Hammer geil gemacht. Komm, lasst mich da mal hin. Jungs, ich will auch was sehen. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 039 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USB-V am Spinsa-Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt da mit drin. Ihr geht rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kette weg an. Ihr seid die schnelle Eingreift-Truppe-Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Klasse. Auf geht's. Wir sind mächtig zurückgefallen, Schönenlein, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Boah, Leute, guckt euch das an mit dem Sonnendicht. Ist das der Hammer. Das ist ja sowas von geil. Los. Okay. Krass, 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 krass. Leute, warte, ich komme. Was ist das hier, ein Hund? Der will nicht von uns. Lass mich durch. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt, ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Lass zusammen. Die sind ja wieder sehr freundlich zueinander. Irgendwer zu sehen hier? Nein. Boah. Ups. Boah, guckt euch da rein. Krass, krass, krass. Okay. Ich schiebe mich nicht weg hier. Oh. Boah. Boah. Ich bin auf dem Weg. Niemals zu sehen. Machst du das Türchen auf? Los. Boah. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Oh, shit. Der hat mein Kollegen angeschossen. Los, komm. Zieh ihn raus hier. Zieh ihn raus. Zieh ihn raus. Zieh ihn raus. Voll der Hinterhalt hier, Leute. Okay. So, schauen wir uns um hier ab. Ah, weg, weg. Jawohl. Komm. Granate. Boah. Oh. Ja, ich hab ihn auch schon. Weg mit dir. Oh, wer... Da krieg ich noch Feuer von der Seite. Komm. Zeig dich. Komm raus. Der muss doch noch irgendwo rum. Rumlungern. Los, los, hinter mir. Bist du okay? Gut. Okay, alles cool. Pass nach Haus auf 12 Uhr. Erster Start. Allt, den verkackten Ausdruck. Der ist hinüber. Okay, den haben wir weg. Verbündete kommen nach. Verbündete kommen nach. So. Die krieg ich doch. Komm, können wir da noch eine Granate rüberwerfen? Ja, haben wir noch. Oh, scheiße. Nachladen. Oh. Ja, weg. Hammer. Wo kommen die alle her? Da ist noch einer. Oh, ja, schöne Reihe. Die mache ich gleich platt. Oh, Leute. Leute. Zack, und noch eine Granate für dich. Friss das. Nachladen. Hammer. Warum müssen wir hin? Boah, wie viele kommen denn hier? Ja. 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 Noch, noch mehr. Jetzt mal irgendwie hier durchsetzen. Los, Leute. Los, Männer nach vorne stürmen hier. Sonst kommen wir da nie hin. Was, noch mehr? Weg. Ha. Oh, scheiße. Oh, Deco. Oh, Jungs, ich komm zu euch. Hammerhart hier. Okay, den haben wir. Ziehen sie sich zurück. Hammerhart, Leute, guckt euch das an, das ist also so krass, so krass. Oh, was ist mit dem Kollegen hier? Mann. Jetzt aber. Tja. Ja, Mann. Ja, den einen hat es wirklich richtig, richtig zerrissen. Niemand zu sehen. Boah, Leute, das ist so geil, das ist so geil. Ja. Oh, stark. Ja. Boah. Boah, reingebratzt. Sorry, Leute. Boah. Boah. Na, schön, der Scharfschütze ist noch da. Da ist mal in Deckung hier. Oh. Scheiße, Kontakt. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissenere 50er. Unten bleiben. Unten bleiben. Ja, Leute, das ist echt die Mission, die sie im Trailer gezeigt haben. Boah, Hammer. Das ist so genial, das ist so genial, Leute. Wir gehen bis zum Halb. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Boah. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Beide dich. Hammerhart. Wo ist das Schwein? Boah. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Los, komm. Krabbel an mir vorbei. Scheiße. Einfach falsch ergehen. Oh, Mann. Oh, verdammt. Oh, das ist, das ist es, wenn man seinen Kopf einmal rausstreckt, Leute. Das war natürlich jetzt äußerst uncool, aber egal. Ich wollte halt einfach gucken, ob ich da was sehen kann. Muss man mit, muss man mit leben. Was soll der Geiz? Also, machen wir das Ganze nochmal. Scheiße, Kontakt. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Nee, ich auch nicht. Ich bin jetzt nur 50er. Unten bleiben. Unten bleiben. Hier wollen wir den ganzen hier. Boah. Der ist verdammt, verdammt gut, der Scharfschütze. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Jawohl. Bleiben wir erstmal schön hinten. Guckt euch die Leute an. Ist das cool. Ist das cool. Hammer. Ja, 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 ja. Okay, hier irgendwas zu sehen. Rede mit mir, siehst du was? Alles klar. Tee, he, he. Na, was jetzt? Black jetzt. Scheiße. Schön an der Wand lang. Ist das cool gemacht, Leute. Ist das cool gemacht. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gibt's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Ich komm schon. Okay. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung. Während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. Drei. Zwei. Eins. Feuer frei. Boah, in Deckung. Alter. Das ist meine Staubwolke. Haha. Alles okay? Alles okay. Ausgeräuchert. Boah. Das hat ein schönes Loch gerissen. Kein Problem. Cool. Das würde ich gerne nochmal machen. Boah. Boah. Okay. Ach. Ich sehe moment gar nichts. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind wir dicker? Schaltet sie auf, 1,3. Auf der Balkon, linke Seite. Sie steht auf dem Dach direkt gerade aus. Okay. Wo, wo, wo? Hä, verdammt. Ich seh nichts. Wo sollen die sein? Hä? Wedet mit mir. Da. Weg. Wo sind sie? Wo sind sie? Boah. Deckung. Ha. Und hier noch mehr zu sehen? Oh, nicht, dass ich hier runterfalle, Leute. Ja, ja. Ja. Okay. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. Ich seh keinen Gegner mehr. Boah, Leute, das ist so hammerhart hier. Das ist wirklich so krass. Kann das nicht Scherz sein? Boah, komm her, weg mit dir. Bam, bam, noch einer. Ja. Der war schon tot. Da kam wieder voll raus. Alles klar. Super. Ich glaube, sie sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Hm. Weg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Tja. Leute, das ist so real. Okay. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. So, Leute. Ich sage mal, für den allerersten Part ist das okay. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich weiß nicht, ob ich den gleich heute auch noch machen werde. Und hochladen werde. Aber ich habe richtig Spaß an der Sache hier. Ich hoffe, euch geht es genauso. Es ist echt ein grafisches Highlight. Ich verabschiede mich. Mit diesem Blick in die Tiefe. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Battlefield 3. Ciao. Bis dahin. Euer Dirty Harry.